Hey du, schau mal, da ist Pia. Sie scheint etwas zu schreiben. Ah, jetzt sehe ich, was sie da macht. Sie reimt. Gucken wir uns doch ihre Reime mal an. Bist du auch schon neugierig? Winken, trinken, hinken, Autos müssen blinken. Lange Schlangen fangen, die Zunge ist von Dannen. Hm, also die beste Dichterin wird Pia wohl nicht mehr, aber sie kann ja noch viel üben. Aber lies dir die Wörter mal genauer durch. Was fällt dir denn dabei auf? Genau, die Wörter aus dem ersten Kasten werden alle mit... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus, auf www.sofatutor.com Und damit Humor, deine Zensuren ohne große Hmmpot kommt besser aus, Und so auf die Zensuren credenziert. So bananaeu zen. For collective merchandise hatten hier Queslo ma不錯.